Das Bittgebet für das verstorbene Kind während seines Totengebets. Allahumma a'izzhu min a'zabil qabr. O Allah, bewahre ihn vor der Pein des Grabes. Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran liwalidayih wa shafi'an mujabah. Allahumma thakkil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma. wa alhiqhu bi sanihil mu'mininin. wa aj'alhu fi kafalati ibrahim. wa qihi bi rahmatika a'zabal jahim. wa abdilhu daran khayram min darih. wa ahlan khayram min ahlih. Allahumma gfilli aslafina wa afratina. wa man sabakana bil iman. O Allah, mache ihn für seine Eltern zu einem Vorboten, einem Schatz und einer beantworteten Fürsprache. Lass ihn am Tag der Auferstehung ihre Waagschalen erschweren und vergrößere damit ihre Belohnung. Lass ihn zu den rechtschaffenden Gläubigen gehören. Lass ihn zu den Bürgern Ibrahims gehören und bewahre ihn mit deiner Barmherzigkeit vor der Pein des Höllenfeuers. Ersetze ihm seine Wohnstätte mit einer Besseren und seine Familie mit einer Besseren. O Allah, vergib unseren Vorfahren, unseren Vorboten und jenen, die uns im Glauben vorausgegangen sind. O Allah, mache ihn für uns zu einem Vorboten, zu einer Vorauszahlung und zu einer Belohnung. O Allah, mache ihn für uns zu einem Vorboten.